Wird das Sterbevierteljahr, was ich als Vorschuss auf die Witwenrente erhalte, auf meinen Bürgergeldanspruch angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe wieder über unsere Kontaktmeeradresse von Rentenbescheid24.de eine Anfrage reinbekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, wird das Sterbevierteljahr als einmalige Zahlung mir beim Bürgergeld angerechnet? Ja, da schauen wir uns ganz einfach mal die Rechtslage an und ich gehe da gleich mal in eine Erklärung hierzu auf der Internetseite harz4widerspruch.de und dort steht, dass die Witwenrente anrechenbares Einkommen ist auf die sogenannten Hartz-IV-Leistungen oder jetzt ja Bürgergeldleistungen und das Sterbevierteljahr ist als einmaliges Einkommen auch an das Bürgergeld anzurechnen. Und zwar wird das so gemacht, dass also praktisch dieses Geld in der Praxis in einem Stück als Vorschuss ausgezahlt wird. Das ist ja bekannt, wenn man es rechtzeitig beantragt und gilt damit als einmaliges Einkommen, das in den folgenden sechs Monaten anteilig auf den Regelsatz angerechnet wird. Diese Aufteilung erfolgt nur, wenn durch die Zahlung des Sterbevierteljahres, des Vorschusses, der Anspruch im Monat der Auszahlung entfällt. Wenn keine Aufteilung erfolgt und schon Leistungen für den Zuflussmonat bewilligt sind, erfolgt die Anrechnung im Folgemonat. Also meine Damen und Herren, ist eine relativ einfache Geschichte. Ich habe jetzt die gesetzlichen Regelungen da nicht rausgezogen, sondern bin einfach mal auf die Internetseite von Hartz-IV-Widerspruch gegangen und habe Ihnen das hier mal kurz erläutert. Relativ einfache Geschichte, dass Sterbequartalsgeld als Vorschussleistung wird nach den gesetzlichen Regelungen auf den Bürgergeldanspruch als Einkommen angerechnet. Ich hoffe, ich habe die Frage klar und deutlich beantwortet. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.